In Verlagen gibt es ganz verschiedene Abteilungen, das fängt klassischerweise an im Lektorat, dann die vermarktenden Abteilungen, also Vertrieb, Marketing, Presse, Veranstaltungen gehört dazu, dann gibt es natürlich Rechnungswesen, Personalabteilungen, die Herstellung ganz wichtig und in einigen Verlagen gibt es auch eine eigene Audioabteilung. Neben dem gedruckten Buch produziert ein Verlag natürlich auch E-Books, Hörbücher, Hörspiele und dann ganze Produktwelten rund ums Buch, also das sind dann Kartenspiele, Stofftiere oder Tassen zum Beispiel. Es ist auf jeden Fall möglich, eigene Ideen zu verwirklichen und sich kreativ auszuleben in diesem Beruf. Jedes Buch bringt ja einen unterschiedlichen Inhalt mit und das heißt für jedes Buch planen wir eine neue Kampagne mit ganz verschiedenen Ideen, das kann von bis, also Online-Material, ein Event, ein besonderes, irgendeine besondere Aktion mit anderen Menschen, sei es Online oder Offline. Wir fangen jedes Mal so ein bisschen neu an und das ist total schön und macht total viel Spaß und wir haben alle unsere eigenen Ideen und die werden auch gehört und nie irgendwie abgewiegelt, sondern wir können hier immer unsere eigenen Eindrücke einbringen und umsetzen. Und wenn jemand Interesse daran hat, in die Buchbranche einzusteigen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, es auszuprobieren über ein Praktikum, ein Volontariat, wie auch immer. Das ist wirklich toll, da mal reinzuschnuppern und zu gucken, ob das was für einen ist. Und ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, mal sich mit anderen auszutauschen. Es gibt tolle Vernetzungsmöglichkeiten, zum Beispiel über die jungen Verlagsmenschen oder das Nachwuchsparlament, die mir am Anfang ganz viel geholfen haben und über die ich ganz tolle Leute kennengelernt habe und ganz viele Eindrücke von dieser Branche bekommen habe. Und das hilft total, um reinzukommen und um einen Eindruck davon zu bekommen, was man alles so machen kann. Das, was ich am Arbeiten in der Buchbranche so mag, ist, dass alle so leidenschaftlich dabei sind. Also dass, auch wenn es mal stressig ist, es etwas gibt, was uns alle miteinander verbindet und das ist die Liebe zum Buch. Ich arbeite super gerne in dieser Branche, weil das einfach eine Branche ist, in der jeder, der hier mitmacht, total brennt für das Produkt und für das, was wir nach außen vermitteln. Das ist ein super schönes Gefühl, dass wir wirklich nicht nur die Tätigkeiten, die wir machen, gern haben, sondern auch das, was hinten rauskommt und dabei alle zusammen so für das Buch einstehen. Das ist ein total schönes Gefühl. Ich würde es tatsächlich vielen, vielen Menschen empfehlen, in der Buchbranche zu arbeiten. Und es ist gar nicht gesagt, dass nur Menschen in dieser Branche arbeiten können, die extrem gerne lesen oder super gerne Lektorin sein wollen. Wir haben so viele Berufe und die Möglichkeit für so viele Menschen hier, den Traumjob zu finden. Also ich würde sagen, wir haben Berufe für Zahlenmenschen. Wir haben Berufe für Menschen, die gerne organisieren oder Projekte umsetzen. Wir haben Berufe für Menschen, die gern technisch und sehr digital arbeiten. Das gibt es alles hier. Und das rund um so ein Produkt, was irgendwie super schön ist und mit dem man so viel geben kann. Ich finde es total wichtig und total wertvoll und es gibt mir immer ein total schönes Gefühl. Und ich glaube wirklich, dass viele Leute hier extrem glücklich werden können. Ich glaube, dass die Buchbranche eine großartige Zukunft vor sich hat, weil es immer mehr Menschen gibt, die lesen können. Das heißt auch mehr Menschen, die Bücher lesen können. Weil Kinder und Jugendliche mehr Bücher kaufen seit Jahren schon. Also sozusagen die Zukunft da nachwächst. Und weil wir es als Buchbranche, als einzige Medienbranche geschafft haben, ein physisches Produkt weiterzuhaben, was erfolgreich ist. Und nebenbei eben auch im Digitalen die Leute zu erreichen. Und wir haben für die Menschen, die ein bisschen Entschleunigung suchen, haben wir das Buch, für das man sich Zeit und Ruhe nehmen muss. Und für die, die nebenbei etwas konsumieren wollen, haben wir eben Hörbücher und Hörspiele und können eben so die Menschen erreichen.